die wohl ich bin jetzt so ist ziemlich weit über zu haben Rosk und nach Paul Lothar Künstler aus Deutschland und doch da wurde ich davon ich bin es für scheiße dass sie nichts ist und es sehen das Wort an die Kanzer noch mal hochgehen nach ist das gespawne ist noch und erst noch was gespawnt und hin und her das Wunder ab und zu machen das ist was zu tun ich hatte so lang bis sie kommen sie der Kopf ich denke mal zehn Minuten ich glaube es sind jetzt eigentlich um 20 Uhr 8 Kostler wir haben noch eine Stunde Scheiße ich will nur ein Wecker vor mich stellen nämlich dass sie und auch mein Handy schon mal stellen für morgen Gründer kann schwarzen könnte ich den Leuten auch den kleinen nichts mehr präsentieren um auf ein Stückchen und auch ein Geduchten noch schnell laufen und schnell bei dir wo es ist alles in die Galerie das Volker Monbo um Töne Signale Töne aus Deutschland Uftöner und Kürzio und Backpacken in den Nennen Schale hier steht nichts Hattel Entschieden zum mir ich könnte eigentlich mal da vorne rein gucken in den Nassau ist er und das gefällt mir wieder wir haben uns gerne alles gut an mein Handy ich glaube ich dass ich immer kriege ich keine 50 sind dafür könnte man bei Nokia bei Google Bilder Nokia 60 70 eingeben dann kommt der 08 15 händler und hier hast du okay Nokia nach von meinen umgebekommen aber ich glaube wenn ich irgendwann mal eigenes Geld verdiene werde ich mir mein neues Handy kaufen ein 3 3 von 500 Quark Samsung S2 so viel Geld hast du dich jetzt sein sogar besser als es ist 3 das sieht schwul aus mit den Kurven ich mag es eckig auch mehr die in das so stieß auf eckigere Dinger ja ja naja und Apple möchte ich auch nicht unbedingt haben weil Apple sind gesund könnte man könnte meiner Fetheit schaden ich gehe mal sich da am weiteren jetzt wenn ich überstehen aufs Klofe weil die Kinder hier gut durch die Bäume durchgucken als ich schickte sich um hier keine Zornis sind ich will das nette oder so ein Scheiß oder wird es einfach nur für den Apon ne ich hab ne Hatchet ne nicht mehr deswegen aber trotzdem nicht mal das ja aber trotzdem mhm naja das klar halt da und gefördert von 4 Euro wie auch steil geworden der auch hofft mich war er hört sich um und nur dort ist ein zweites und wie ist die Gliedschirche im Wied durch die Gegend wollen wir noch und er ist nicht nur so gut drin sind was von mir nur den Gespräch in der Welt so gut darin sind noch mit Gert türlisch in Englisch ich spreche durch das Englisch machte mit hat mein Englisches Not die Gelbe von 3 hier ist natürlich hier ist natürlich warum habe ich mich noch mal gerade drüber beschwert dass sie zu tun das ist wenig zu wissen damit er sich davon da pinker Brunitz zum Müll schützungs b ein Auto finden dass ich kann ein Auto war er musste uns so ist so und auch schneller den Instanen zu groß erfährt erfährt das ist eine Niveau sein so wo eigentlich schon die ist ganz links oben glaube ich der Stand der Stand der Stand der Stand der Stand 8 der Stand werden die ganzen die Statt markiert oder wer hat er so weil er hat auf dem Weg ganz wichtig das große er fehlt uns da so was so ganz eine Idee sogar von mir aus dem Sohofen und bei mir ist jemand gesichtet wurde er kommt hier das sehe ich habe ich jemanden gesehen so ein Orang schafft er ist zum wir wenn du da auf den Orang schaffstet ist wenn da mehr entsteht er okay da ist ich habe eine AKS 74 Uhr mit 20 das ist die gesichter Rentsen Prozent brauchst du sie in die Falschmagazin Nägel doch ist für den Befehl oder was hast du für noch sein ich habe den Acker oder ich auch noch 2 mal 10 für dich da habe ich einmal um um das Prozent AKM und einmal 30 er in der Acker passt beides auf die Schraube 30 er in der Acker ich habe auch noch das andere das ist nicht auf das Acker ein das ist nicht noch ein gestes mittlerweile vertreten er sagt er mag ich schlägts Magaziner es steht just in ja ich weiß sie unten er da müsste Acker ist vier so zwei Acker im Städter K 74 M und Acker für sieben 40 S und dann bei 3 an der K4 70er KV ist Kopa AKS und so. Also nur das, äh, nur das, äh... Ja, nur das 30RND AK. Dann darf ich das andere fragen. Ein Platz mehr. Hannibal, brauch ich gar nicht drüber aufregen, Junge. Ich glaub, der hört mich nicht, weil er mich vorhin stumm gescheit hat. Doch, er hört mich. Äh, nein. Ja, hier ist mal die Kluggerät, eine Vorstellung von mir. Hey, ich will mich sehr gerne, was den Namen angeht. Äh, das ist ja, wenn er der Gratwahl von der Neustadt bin. Du kannst da meinen Namen, Applaus. Von seiner hat mich einer, äh, German Game or TV genannt. Das sind nicht recht witzig. LOL. Das ist jetzt ein Scherz. Boah, ich bin am Sterben. Das ist auch kacke. Boah, ich hab grad ne AKS. Na, okay, scheiß auf die AKS, aber trotzdem. Hopp, nicht, wo ich mich sehr gerne, ne, war das normal oder Koper? Ne, normal. Ja, das allein. Ja, das ist halt, das ist ein Headshot. Oh ja. Ach, komm, ihr Scheiß, ich muss jetzt nur noch geradeaus und wo euch. Könnt es überlegen, ne, doch nicht. Mein Blut ist schon am Blinken. Ich muss wirklich nur noch 2000 Kilometer geradeaus durch die Landschaft laufen. Es geht, das ist keine Gefahren, das ist so richtig, außer Zombies. Ja, komm jetzt falsch schon um. Jetzt die Frage, soll ich überleben, oder? Überleben. Überleben, okay. Fähne nur Blut? Hä? Was fehlte denn? Äh, Blut und... Ich hab kein Blut, weil ich nicht durch ihr Stirn rausgelaufen bin. Ja, Blut und ein guter Rucksack. Mit beiden kann ich nicht... Und ein bisschen essen und trinken vielleicht, aber das ist nicht so unwichtig. Essen trinken könnte ich dir bringen, aber Blut jetzt nicht. Das ist ein bisschen scheiße. Ja, toll, ich muss jetzt, toll, ich muss die Leiter runter. Aber da sind über viele Zombies. Da muss ich quasi zum Erfee trennen und hoffen, dass mich keiner tötet. Oh Gott, schnell. Ich fühle sie direkt, natürlich doch gleich mal die Zombies hier. Oh Gott, wo ist hier der... Nein, wo ist hier der Ausgang? Oh Gott. Und das ist es doch nicht. Mega-Behinders. Hey, echt mal. Ja, ich bin so gut wie tot. Weil ich zu tun, hier rauszukommen, ey, komm du komisch Spiegel. Ja, jetzt gibt's mir wie die in der Anfassung, dass man nichts mehr sieht. Oh mein Gott, okay, nicht so schlimm, aber... Das ist ja mal angesehen, wie scheiße so aus, da hat man gar nichts gesehen. Die Wellen meiner fast größer als 30 Pixel. Schöner und Zombie, boah, wollen wir mich verarschen. Da ist sie nix, ne? Ich habe noch 1,5 Kilometer, jetzt sterbe nicht oder sterbe und spawnen Kamenka oder in Balota oder in Kamorofo. Das ist richtig scheiße so. Das ist doch vorne Zombies. Ich hätte vorhin Honeyball sagen müssen, als er mich auf meinem YouTube-Kanal angesprochen hat, dass ich 1,5 Millionen Abonnenten habe. Habe ich aber gar nicht. Ich habe 150. 1000. Nein, 150. Ist das so nah dran? Oh, oh, jetzt rennt er gleich tot. Jetzt rennt mir ein Zombie hinterher. Das schaut nicht gut für dich aus. Ich könnte nur wegsnacken, aber... Dann komm ich nicht mehr mit. Was ist das jetzt? Ich weiß auch nicht. Ich muss lachen. Alles klar. Stasi? Da geht nachher ganz viel auf meinem Kanal, dislike ganz viele Videos und so. Ist ganz viel lustig mit denen. Na ja, wenn es Spaß macht.